Ok, bevor ich jetzt aus die Tür hier gehe und mein Video startet, muss ich euch erst mal mein neuestes Familienmitglied hier zeigen. Simbi! Filmi, du Felsack. Du kleiner Felsack. Du kleiner. Kleiner, 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 kleiner. Ja, das ist Simba, Leute. Ich glaube, zwei Monate alt oder so. Und das neue Haus habt ihr auch noch nicht gesehen. Küche, Essbereich, Wohnzimmer, wir haben einen riesen Garten und sogar eine Küche draußen und so. Das zeige ich euch wahrscheinlich später nochmal. Aber jetzt geht es erstmal zum Mandalay Bay und zwar werden wir jemanden überraschen. Und zwar hat die Kim mir nämlich über Instagram geschrieben und gesagt, dass die halt jetzt gerade in Las Vegas Urlaub machen. Und ihr Freund ist ein Fan von meinen YouTube-Videos und hat gefragt, ob wir uns dann mal treffen könnten und so. Und dann meinte ich, ja, dann lass uns den auch einfach überraschen. Und wir tun jetzt so, als würde sie ein Uber bestellen zum Mandalay Bay und dann hole ich die beiden ab und dann geben wir Essen. Mal gucken, ob das Ganze cool wird oder nicht. Aber ich dachte mir, ich werde das Ganze vloggen. Und da ich ja normalerweise immer zu spät bin, mache ich mich jetzt mal lieber fertig. Wir haben gesagt, 13 Uhr dort treffen. Jetzt sind es 12.25 Uhr. Sollte also alles machbar sein. Let's go. Ich weiß, dass es jetzt schon länger keinen Vlog mehr gab, aber das änderte ich jetzt auch nicht mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt die Vlog wieder weiter gehen. Freut euch nicht zu früh, Leute. Ich hab einfach nur spontan Bock, die Kamera in die Hand zu nehmen. Und da ich jetzt auf dem Weg bin zum Mandalay Bay, um dich zu überraschen, dachte ich mir, das ist ein cooler Anlass, mal wieder einen Vlog hochzuladen. Und warum es jetzt in den nächsten Zeiten keine Vlogs mehr geben wird, ist ganz einfach, weil ich arbeite mittlerweile von zu Hause. Hab mein Büro zu Hause eingerichtet, hab mir einen neuen Rechner gekauft und bla bla bla. Und ja, ich arbeite von zu Hause, morgens aufstehen, Kaffee machen, vorm Rechner sitzen, fast den ganzen Tag arbeiten. Und dann nach der Arbeit kommt dann die Frau nach Hause und wir essen dann zusammen oder gehen zum Fußball. Stieftochter spielt Fußball. Und ja, so Familienzeugs halt einfach. Ich komme kaum zum Pokern, ein-, zweimal im Monat vielleicht. Und jetzt sollen wir da Vloggen. Zu Hause in Boxershorts vorm Rechner ansitzen. Aber ich war letztes Wochenende oder, ne, ja, keine Ahnung, vor einer Woche ungefähr, war ich mit Fabi im Aria, haben wir PLO gespielt. Ich hatte schon länger keinen PLO mehr gespielt. Ich glaube, zu zwei Jahren schon keinen PLO mehr gespielt gehabt. Und, ähm, ich liebe ja PLO. Aber bin da nicht so gut drin wie im Hold'em. Nicht, dass ich besonders, bin jetzt kein Main Event Gewinner oder so im Hold'em. Aber, äh, ich weiß, was ich mache bei Texas Hold'em. Und bei, bei PLO weiß ich eigentlich auch. Nur ist halt, ich glaube, bei PLO mache ich ein bisschen mehr Fehler als, als bei Texas Hold'em. Nichtsdestotrotz hat es mega Bock gemacht. Und, äh, das Lustige ist, ich habe mich erst an, an Texas Hold'em Tisch gesetzt. Und, äh, war da bei 1,3 irgendwie so 200 Dollar verloren. Und dann am PLO-Tisch habe ich 200 Dollar gewonnen wieder. Äh, bin halt so breakeven gewesen an dem Tag. Und, ähm, ja, vielleicht, äh, ich kriege es ja irgendwie hin, die Tage mal, wenn Fabi wieder zum Aria zu fahren. Und dann filme ich euch ein bisschen PLO. PLO-Action. Hättet ihr Bock drauf? Ja oder nein? Votet jetzt! Wir sind hier in Decayda und Hacienda, Leute. Das ist eine Tankstelle. Und das ist die Tankstelle, wo, letztes Jahr wurde mir meine Kohle hier geklaut. Da hatte ich meine Bankkarte hier benutzt, an der Zapfsäule direkt. Und, äh, 20 Minuten später wollte ich dann in Mandalay Bay Geld abheben und nichts war mehr drauf. Äh, ja. Krise, danke. Oh, ich sehe sie. Was geht ab? Guten Tag. Was geht ab? Hallo. Hallo. Hi. Alles gut. Hi. Alles klar? Da kommt es. Es fällt ein. Hey, ich dachte mir, wenn ich das schon mache, dann überrasche ich auch die anderen und filme das Ganze. Vielen Dank. Danke, dass du Zeit gefunden hast. Sehr gerne. Da wusste ich echt nichts von. Und der so, hä? 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 Ich so, ja, komm mal mit. Er so, ja, er kannte das Auto von dir, ne? Hast du draußen schon gemerkt, dass ich das bin oder wusstest du dann schon? Nee, wo Kim meinte, komm mal mit, komm mal mit und dann hab ich halt den Ford gesehen und dann hatte ich schon irgendwie so eine Ahnung. Weil ich hab gefragt, ob ich dich anschreiben kann wegen Treffen und ich meinte, ja, warte, wir haben das noch vor, das noch vor. Und dann schreibst du vielleicht Ende der Woche an, vielleicht, ob du Zeit hast, ne? Und ja. Wir machen jetzt die Mr. Dawson Tour, Leute. Ich zeig denen das Haus, wo ich gewohnt habe, als ich für das erste Mal für sechs Monate da war, also. Es ist außerdem eine coole Gegend und ich wollte denen ein bisschen was von Las Vegas zeigen, so außerhalb, also nicht nur Las Vegas Trip, sondern was es hier sonst noch so gibt. Cool jetzt, sorry, ich war selber, ich bin jetzt, glaube ich, eineinhalb Jahre nicht mehr hier gewesen. Hm, sein Auto steht immer noch da. Hello. Ah, und hier hast du, stimmt, hier kam immer Uber, hast du dich abholen lassen. Ja, immer hier. Weil mein Rudi stand immer da, mein Motorrad. Das ist das Haus. Genau, da gehen wir jetzt dann über die Gelegt aus den Blocks. Deswegen sind wir jetzt zum Tivoli gekommen, damit ihr ein bisschen was von außerhalb noch mitbekommt. Ja, das ist dumm egal. Also Next Top ist Juwelier, Leute. Wir müssen dem Igor einen Ring besorgen, weil der möchte einen Antrag machen. Die sind seit 14 Jahren zusammen, aber hatten auch keinen Antrag. Wir reden nochmal drüber. Zumal alle in den Kommentaren posten, äh, äh, wollen einen Antrag sehen. Du musst dann auch einen Vlog und so. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, so ein Vlog, wo wir halt über eine Frau geredet haben, die ganze Zeit, und sie konnte dann Deutsch. Das war halt da vorne. Der hat sich noch eingestuft, ne? Genau. Kommt dir das bekannt vor hier, die... Ja, total. Okay, probier und sag mir, wie es ist, Tivoli. Für die anderen Deutschen, die mal nach Las Vegas kommen. Gut? Super. Doppelfehlung. Danke dir. Dankeschön. Ja. Danke dir, ne? Ich gefreut dich zu sehen. Wenn ihr irgendwas wissen wollt oder so in Vegas, wenn ihr irgendwie rumkommen wollt und Fragen habt oder so, dann chatten wir einfach rein. Alles klar. Oder falls du mal in der Nähe bist, gucken oder so, ne? Genau, wenn ich so ein Strip schaffe, dann melde ich mich auch, ähm, dann gehen wir eine Runde zocken. Ja. Also ich bin eigentlich auf der Diät, habe jetzt eine Woche lang kein Reis untergegessen. Und für die beiden habe ich eine kleine Ausnahme gemacht gerade. und zwar habe ich Lachs mit ein bisschen Reis und Gemüse gegessen, aber ich habe mein Reis nur zu Hilfe gegessen, mehr Gemüse und mehr Lachs. Ich bin gerade so auf einer Proteindiät mache das nur für 10 Tage, damit mein Körper so ein bisschen sich daran gewöhnt also mein Level, mein Proteinlevel ein bisschen steigt und dann kann ich wieder Reis und so weiter mit dazu nehmen Reis und Hähnchen vertrage ich am allerbesten und somit werde ich dann wieder Muskel aufbauen und so weiter. Das ist ja kein Fitness Channel, aber ich möchte wieder brutal werden Leute. Das ist mein Ziel Deiner Fettii 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 Ah ja, wie in den OG Vlogs von mir würde ich jetzt am liebsten eine Runde pokern so zum Ende hin vom Blog gab es immer Poker aber das schaffe ich leider nicht weil wir haben wir sind mehrere Feiertage im Moment die jetzt diese Woche stattfinden die jetzt diese Woche stattfinden Thanksgiving und Black Friday und Cyber Monday Weiß der Henker Und ich muss für alle alle tagen muss ich so irgendwelche komischen ads und so weiter also hier Kampagnen und so weiter fertigstellen Also habe ich eigentlich brutal viel zu tun Also habe ich eigentlich brutal viel zu tun Habe aber jetzt erstmal in meiner Mittagspause Theoretisch die beiden besucht Habe dir ein bisschen was von der Stadt gezeigt ein bisschen was außerhalb von Las Vegas vom Strip Weil das ist das was was man ja eigentlich immer so sieht wenn man in Las Vegas Urlaub macht Las Vegas Strip aber hier gibt es noch mehr als nur Strip Deswegen sind wir halt nach Sammelin Ich habe denen das Haus gezeigt wo ich früher gelebt habe Dann ein bisschen was von Sammelin hier und da Und natürlich Tivoli Tivoli dürfte nicht fehlen So ich mache mich jetzt an die Arbeit Leute Dann zeige ich euch noch ein paar Szenen vom Haus Und dann wurde das auch schon Fertzack Und deswegen heißt der Fertzack Nein Spaß Der heißt nicht Fertzack Der heißt Simba Bist der Simba Zeit für einen Kaffee Leute Heute Morgen komme ich zur Küche Und dann ist da folgende Nachricht Zeige ich euch so I love you, you fuckers See you all later Das hat die Frau dahin gehangen Wir haben jetzt diese Woche Ferien für die Kinder Also ist ihre Tochter auch zu Hause mit mir Deswegen see you all later Und ihr fuckers und so weiter Die Amis Leute Die Amis Wir haben hier übrigens ganz viele Wir haben hier 40 Sandwiches glaube ich Also pro 40 Sandwiches können wir damit machen Und das werden wir dann morgen Oder übermorgen In Downtown Las Vegas verteilen An die Obdachlosen Wir machen kleine Lunchboxes mit Schokolade Und Sandwiches Und verteilen das dann an die An die Leute draußen Und das wollen wir jetzt irgendwie versuchen Regelmäßig zu machen Nicht nur weil es Nicht nur weil Thanksgiving ist Sondern Wir machen das dann Alle paar Monate mal Ich hatte auch überlegt gehabt Ob ich das Ganze vloggen soll Mit den Sandwiches und den Obdachlosen Und so Aber dann wiederum dachte ich mir Ja Das sieht dann so aus Als würde ich das nur machen Um im Vlog Zu zeigen Was für ein guter Kerl ich bin Oder so Also wir machen das jetzt ohne Vlog Wir verteilen die Sandwiches übermorgen Und davon wird es kein Vlog geben Unnötigerweise nehme ich so Kommentare Auch immer wieder persönlich Mit dem letzten Video Was ich hochgeladen hatte Am Lake Da hat einer im Forum geschrieben Was für ein Quatsch Video Ist gar kein Vlog Und ich würde das Video nur machen Um anzugeben Und blablabla Was für ein cooles Leben ich hätte Und Boot Und hier und da So ein Quatsch Wir waren mit Freunden Also das Boot gehört einem Kumpel Der auch in dem Video war Und mein Schwager war An dem Video am Start Meine Frau war am Start Und wir haben einfach Eine coole Zeit gehabt Wir wollten einfach nur Die Eine coole Zeit am Lake haben Und die Drohne fliegen lassen Und Ein Vlog war gar nicht geplant Also ein YouTube Video War gar nicht geplant Und dann ist dann Spontan daraus Ein YouTube Video geworden Und Deswegen habe ich es hochgeladen Weil ich es halt cool Und kreativ fand Äh Ja Aber wieso ich das Ganze Auch überhaupt persönlich nehme Keine Ahnung Sollte ich vielleicht nicht Blablabla Aber jetzt Erstmal Kaffee Leute Und jetzt nutze ich Die Gelegenheit Um euch ein paar Ecken Vom Haus zu zeigen Und dann wurde das auch schon Mit dem Video Ähm Ich muss noch ein bisschen arbeiten Und Das war's Vielleicht Kann ich ja demnächst Nochmal einen Vlog hochladen Wo wir ein bisschen Beim Fabian Äh Losziehen Und PLO zocken Wenn ihr Bock darauf habt Dann lasst es mich wissen Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal